Ich glaube, das Entscheidende ist der Stellenwert, den eine Hochschule der Lehre zumisst. Das heißt, die Wertschätzung, die der Lehre in einer akademischen Kultur zukommt. Und das macht sich nicht an Methoden fest, sondern das macht sich fest am Selbstverständnis sowohl der Institutionen, wie aber auch am Selbstverständnis der Wissenschaftler, der Professoren. Inwieweit die tatsächlich die Lehre als eine Sache sehen, die ihnen zum Kern ihrer professionellen Identität gehört und nicht eben als eine zusätzliche Leistung, die sie nun mal erbringen, weil das ihr Arbeitsvertrag so vorsieht. Von daher, und das sind dann natürlich auch Überlegungen, die in die ganze Personalpolitik einer Hochschule einfließen, zum Beispiel die Frage, wie weit, welche Rolle spielt die Lehre bei Berufungen, bei Berufungen von Professoren. Da haben beide Hochschulsysteme, Deutschland und die USA, noch eine Menge zu lernen. Aber ich glaube, da sind wir an zumindest den besseren amerikanischen Universitäten insofern ein Stück voraus, als wir Möglichkeiten entwickelt haben, Lehre tatsächlich auch dokumentieren zu können, durch Lehrportfolios, die Bewerber dann vorlegen, in denen eben nicht nur die Evaluierungen der Studierenden enthalten sind. Die sind natürlich auch wichtig und informativ, aber aus denen auch hervorgeht, wie jemand mit der Gestaltung einer Lehrveranstaltung umgeht, mit der inhaltlichen Gestaltung, mit der Art und Weise, in der Material zusammengeführt und dann auch wieder analysiert wird. Also diese Fertigkeit, wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln, die erfordert natürlich ein sehr viel breiteres Spektrum von Evidenz, auch von Dokumentation. Und diese Art von Dokumentation spielt bei Berufungsentscheidungen über Neueinstellungen oder auch über Beförderungen in der Professorenschaft eine ganz wichtige Rolle. Ich bin sehr neugierig. Ich kann jetzt nur sagen, aus der Erfahrung des Wettbewerbs selbst fand ich vielleicht zwei Arten von Projekten besonders interessant oder besonders eindrucksvoll. Eine Art von Projekt, die sich damit beschäftigt oder die versucht, Freiräume für die Lehre zu schaffen, wie ich es mal genannt habe. Das heißt also, sowohl den Professoren wie den Studierenden Räume zu verschaffen, in denen man sich über Lehre Gedanken machen kann. Ob das jetzt ein Freisemester für die Lehre ist, wie es manche Hochschulen tun, jetzt eben nicht für die Forschung, sondern ein Freisemester, in dem man sich wirklich Gedanken über seine eigene Lehre machen kann. Oder ein Bereich in einem Bachelorstudium, in dem Studierende mit ihrem eigenen Lernen experimentieren können, mit Anleitung oder ohne Anleitung, je nachdem, außerordentlich fruchtbar. Das eben halt nicht curricular durchstrukturiert ist, sondern das tatsächlich die Möglichkeit schafft, dass Studierende sich ihre eigenen Herausforderungen sozusagen zurechtlegen in der Lehre. Also das ist eine Art von Bemühungen, die mich besonders beeindruckt haben und bei denen ich besonders daran interessiert bin, was denn dabei herauskommt, was denn Leute mit einem Freisemester für die Lehre zum Beispiel anfangen. Das Zweite sind Vorschläge und Projekte, in denen tatsächlich die Frage der wissenschaftlichen Behandlung von Lehre mit im Vordergrund steht. Das heißt, wo also die Hochschule selbst, ich sage, wir wollen von uns aus mal daran gehen, zu untersuchen, was denn besonders gut funktioniert in diesem oder jenem Fachbereich, in dieser oder jener Spezialisierung, welche Methoden, welche Strategien, welche Art der Materialvorbereitung für eine bestimmte Art der Lehrveranstaltung besonders wirkensvoll zu sein scheint. Das sind zum Teil außerordentlich interessante Versuche, so etwas zu tun, zum Teil auf kleiner Flamme, zum Teil in kleinem Rahmen, aber geleitet von dem Bemühen, eine bessere Wissensbasis sozusagen zu schaffen für die Beurteilung von Lehrqualität. Eine Kehrtwendung würde ich es noch nicht nennen, aber doch eine erhebliche Änderung, Veränderung des Bewusstseins. Das habe ich, ich war nun an dem Wettbewerb in der Jury auch beteiligt und war außerordentlich beeindruckt von den, sowohl von den Projekten, die wir ausgewählt haben, wie denen, die wir nicht haben auswählen können. Da war wirklich eine Fülle von Interessanten und innovativen und auch wegweisenden Vorschlägen enthalten. Aber ich glaube, der Wettbewerb als solcher und die Publizität, die er erfahren hat, sowohl an den Hochschulen wie aber auch in der breiteren Öffentlichkeit, hat sicher dazu beigetragen, dass die Frage der Qualität von Lehre in der öffentlichen Diskussion einen ganz anderen Stellenwert gefunden hat. Es gibt in Stanford eine Entwicklung jetzt über die letzten 10, 15 Jahre hinweg schon, wo es eine ganze Reihe von Seminaren gibt, insgesamt 150 in jedem Jahr, die angeboten werden, für ganz kleine Gruppen von Studienanfängern, die von den Professoren angeboten werden, die besonders intensive und besonders interessante Forschungsprojekte haben und die die Studienanfänger dazu anleiten, an diesen Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Eine außerordentlich erfolgreiche Entwicklung, die gerade auch für das Wissenschaftsverständnis der Studienanfänger eine natürlich ganz beträchtliche Hilfe darstellt, sozusagen von Anfang an mit bei der Forschung dabei zu sein. Das ist außerordentlich hilfreich und außerordentlich erfolgreich gewesen. Ein anderer Bereich wäre die, ich sage jetzt mal, die institutionelle Sicherung der Qualität der Lehre, sowohl auf der Ebene der einzelnen Institutionen wie aber auch auf der Ebene des Hochschulsystems insgesamt. Was ich damit meine, ist, dass es innerhalb von Hochschulen Ressourcen, Zentren geben muss, die ausschließlich damit beschäftigt sind, Dienstleistungen für die Qualität der Lehre bereitzustellen. Und zwar nicht jetzt nur im Sinne von Projektoren oder technischen Hilfsmitteln, sondern auch von wirklichem Sachverstand über das, was in der Lehre funktioniert und wirkt. Das heißt also, das muss eine Einrichtung sein, die gerade auch im Bereich der Hochschuldidaktik von Anfang an, und von Anfang an, damit meine ich bereits bei den Doktoranden, Grund zu legen für ein vertieftes Verständnis von guter Lehre an der Hochschule. Wenn die mal Professoren sind, ist es oft schon zu spät. Man muss das also wirklich auch integral in die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses einbeziehen. Also das wäre auf der Ebene der einzelnen Hochschule eine unverzichtbare Ressource, ein solches Zentrum, das mit beträchtlichem hochschuldidaktischem Sachverstand ausgestattet ist, das auch in der Lage ist, solche Forschungsfragen zu beantworten, wie welche Unterrichtsformen jetzt zur Erreichung bestimmter Unterrichtsziele besonders geeignet sind. Was auch wieder einer sehr gründlichen empirischen Untersuchung bedarf. Auch diese Art von Untersuchung muss von einem solchen Zentrum geleistet werden können. Und das müsste sich eigentlich, die Funktion eines solchen Zentrums müsste sich eigentlich widerspiegeln in einer Einrichtung, die auf Bundesebene oder meinetwegen auch auf Landesebene sich mit der Qualität der Lehre beschäftigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017